Sounds, äh, Chrom und Teamweaver habe ich bei mir Sounds alle abgeschaltet, dass man es nicht hört. Dann gucke ich, wie viel, wie viel habe ich noch, Akku. Oh ja, 15 Prozent. Das über Nacht anladen. 19 Sekunden noch zur Aktualisierung. Manche Autofahrer sind echt geisteskrank. Ich fahre schon 140 mit dem LKW und die versuchen, mich noch zu überholen, Alter. Geil, oder? Das ist wie bei GTA, hey. Da vorne kommt noch Dings. Was für ein Unfall, verdammt. Ah, was nicht. Ah, was nicht. Ich habe schon gedacht, okay, machst eine chillige Runde, 90 kmh, fährst du ganz locker, dann fährt mir einer hinten rein, weil ich ausschauen will und versaut mir die ganze Ladung. Ach, jetzt gucken wir mal, als habe ich es eh schon verkackt. So, jetzt gucken wir mal, als habe ich es. So, jetzt gucken wir mal, als habe ich es. So, jetzt gucken wir mal, als habe ich es. So, jetzt gucken wir mal, als habe ich es. Oh, ich fahr jetzt hier schön gemütlich. So, jetzt gucken wir mal. Was für ein Motor-Fail-Funktion wird sich verarschen. Okay, ich brauche 53,8 Liter auf 100 km. Das belastet die Umwelt ja um einiges. Und Tobi, bist du schon dran? Ja, aber irgendwie will er jetzt gar nicht mehr. Ja, das, das, ja, Enter. Ja, ja, jetzt holen. Ja, komm, ich tue jetzt noch schnell. Aha, aufs Haus habe ich gedrückt, ne. Ein Download konnte nicht gestartet werden. Bitte versuchen Sie später nochmal ein, noch einmal. Okay. Sein Ernst. Trink nochmal drauf, trink nochmal drauf. Äh, in der Viertelstunde gucke ich nochmal nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, wenn es nicht gehen soll, weil da ist meine Aufnahme fertig. Das ist gut. Ja. Ja. Zeit dazu. Ichuche Sie depression. Ich verab区ћ- landschern. E Athletia. Hiern wisst du immer, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem ospen. ok jetzt macht das was benötiger benötiger speicherplatz 20,68 gigabyte verfügbar habe ich 106 16,14 musst du über nacht laufen lassen dann zum downloaden hast du gehört? ja aber ich muss nur eure arbeit ist ein bisschen scheiße ja gut kannst du ja laufen lassen das dauert eh was steht denn bei dir geschätzte zeit? ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt jetzt kommt den steuer auf ich kann doch aber auch pausieren oder also mich abmelden und dann kann eben wolke weitermachen geht auch oder besser war noch ein paar tage beschäftigt wenn du das so weitermach diese schlagen naja die schau jetzt weg so ich wills gar nicht wissen lass mich in ruhe ich bin level 20 schön so so Ja geil, als ob Ich flieg außerhalb von der Map Ich bleib stehen So Verbleiben 10h30 Gehts wieder hoch auf 10h29 Jetzt sind wir eine 40, schwankt hin und her Naja, KB Wenn ich die KB Sekunden sehe 524 550 Jetzt gehts wieder runter Fällt mir überhaupt nicht So Also Es wird ja nichts passieren, wenn ich jetzt Zum Beispiel pausiere und mich dann Eben bei Origins, also Dieses Programm dazu abmeld Und dann habe ich den Räume komplett durchs Lauf gemacht Weil es am Wochenende Wie? Was? Ja, jetzt sind es auf einmal 12h 12h25 Jetzt sind wir Woh! 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 Neis wird immer höher Ohne Scheiß Jetzt sind wir schon bei 13 Stunden und 34 Minuten Und nein. Du kommst eine Weile zu Ruhe. Jetzt haben wir zwar noch so eine YOLO-Fahrt gemacht nach Bremen, aber jetzt wird uns wieder angestrengt. Und... Also manche Leute sind richtig nervig bei GTA. Ich lösche was und dann muss ich gleich wieder eingeladen. Ich weiß, ich tu dich jetzt pausieren und lass es morgen durchlaufen. Oh ja. So, Pause. Okay, jetzt passiert ja nix, wenn ich mich jetzt abmelde bei Origins, oder? Aha. So, ich melde mich mal ab. So. Abmelden. So. 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 So, so. Wie lange nehm ich noch auf ey? Das ist ja wahnsinnig. Es kommt mir irgendwie auf, dass ich es 20 Stunden aufnehmen werde gerade. Ah man! Diese Scheiss schnacken, diese Scheiss reinschnacken ey. Die sind so nervig. Na bring dich, wenn du Furcht, dann sind sie tot. Muss ich mal machen, wenn die sind mal in der Mücke stippt, fahrts mal. Die fliegt tot rum. Oh man. Hey, ich bin der Tobi. Oh, es hat eine Mücke gestorben. Mike muss Tipps und Tricks machen bei YouTube. Wie tut man eine schnacken Peste loswerden? Ja, das ist jetzt schon nicht ganz einfach, liebe Leute. Ich erkläre es euch so. Ah nein, bitte nicht. Tod. Schwachkopf, Alter. Guck mal, man merkt, dass ich müde bin ey. Wenn ich so scheiße laufe, bin ich immer müde. Oh ey. Wow, du bist so ein kluger Bengel, Alter. Weißt, statt mal abzubremsen. Und Kurven zu fahren. Nein, man drückt mich so an die Wand, dass ich seitwärts zwei spacko ey. Schwachkippe sind das. Der Tobi pumpte wieder. Echt? Du kannst schließlich in Ruhe zocken, aber immer nur. Die ganze Zeit, Alter. Ich muss wieder furzen, Alter. Mach doch. Guck mal, wie lang sie mich in Ruhe lasst. Oh Mann ey. Neu Diode hier am Clan ey. Der Putz, das weiß gar nicht, damit die Schlagen weggehen, Alter. Der Beste. Also liebe kleine Kinder von Mike, bitte nicht nachmachen, nicht lebensgefährlich. Mann, erstickt doch. I won't leave. Ach Gott ey, das ist beschissig. Sorry. Ach scheiße, ich muss selber drüber lachen ey. Mann. Furz ne Hardcore. Furz ne Hardcore zum Mikrofon. Ich glaub den Partner nicht. Wie tötet man eine Schnarke? Ja. Erstmal kräftig reinputzen. Mach doch mal, drück mal doch rein ab, Alter. Ne geht leider nicht, kommt nix mehr. Der Tobi, Alter. Der trinkt ordentlich. Oh, jetzt ist mir voll auch unter dem Fuß in die Hose aufgegangen. Scheiß Hose, Alter. Ja. Oh Mann ey. Nichts mehr normal hier drinne. Mann, ich komm wieder weg mit so einem List Schalter. Fick dich doch ey. Oh, tschüss. So. Ah Gott, Alter. Ah, wie das jetzt. Hallo. Ich bin der Maik. Ja. Heute machen wir ein Let's Play von euren Track Simulator mit dem Sony Styles, äh Schnackenfurzer. Schnackenfurzer. Ach nee. Ich bin nur Schwachkämpfer. Puh, hier stehen jetzt. Und, aber würdest du sagen, sind wir uns im nächsten Part wieder, oder? Joooooooh. Oh, Vater.